9. CBD-Kochen und Backen Da es sich beim CBD um einen natürlichen Stoff aus der Hanfpflanze handelt, der nebenbei mit sehr vielen positiven Effekten aufwarten kann, spricht absolut nichts dagegen, ihn in die tägliche Ernährung mit zu integrieren. In diesem Kapitel geht es darum, was es bei der Verwendung von CBD in der Küche zu beachten gibt, inklusive Rezeptideen. Und eine Bitte an dieser Stelle, auch wenn CBD nicht psychoaktiv wirksam ist, solltet ihr trotzdem niemanden zum Verzehrzwangs beglücken. Es ist ein wirksames, natürliches Heilmittel und Gäste, Bewohner etc. sollen darüber informiert sein, wenn CBD im Gebäck, Salat oder anderen Nahrungsmitteln enthalten ist. CBD in der Küche Das Basiswissen Wenn ihr CBD-Öl zum Kochen verwenden wollt, informiert euch über dessen Herstellungsverfahren, denn davon ist die Hitzebeständigkeit abhängig. Manche CBD-Öle sind zum Kochen und Braten nicht geeignet, sondern eignen sich zum Anrichten von Salaten etc. Aber auch hitzebeständiges CBD-Öl sollte weder beim Kochen noch beim Backen über 160 Grad Celsius erhitzt werden. Das Öl verdampft sonst und die positiven Eigenschaften, deretwegen man es überhaupt einnimmt, werden verloren. Ein weiterer wichtiger Faktor, auf den wir schon mehrmals hingewiesen haben, ist die Tatsache, dass CBD für die Aufnahme in unserem Körper Fett braucht. Das sollte auch beim Kochen und Backen bedacht werden und Butter oder Backfett braucht nicht zu sparsam bemessen werden. Ist ein geringer Fettgehalt vorgesehen, kann das CBD-Öl mit Alkohol verbunden werden, beispielsweise Rum, Wodka oder Kognac. CBD-Öl ist auch für die vegane Ernährung bestens geeignet. Im Anschluss findet ihr ein paar leckere Rezepte-Ideen rund um CBD, die wir für euch gesucht und auch getestet haben. Eckstart in den Tag Grüner Smoothie Ihr wollt CBD-Öl einnehmen, findet aber den Geschmack so überhaupt nicht prickelnd? Der grüne Smoothie ist eine Idee, wie ihr das Öl trotzdem in eure Morgenroutine einbauen könnt. Dazu braucht ihr folgendes, ein Halbsalat-Gurke, zwei Stangen Staudensellerie, eins Handvoll Spinat, eins Banane, vier Stängelminze, eure individuelle Dosis CBD-Öl. Die Zutaten geht ihr nun in der Reihenfolge von fest nach weich in euren Standmixer und lasst diesen arbeiten, bis sich alles zu einer trinkbaren Einheit vermengt hat, und dann hoch die Tassen. Brennt Getränk-Kurkuma-Latte mit CBD, eins Tasse Hanf, oder Kokosnussmilch, eins Eel-Kurkuma, ein Halb-Tel-Zimt, eins Prise schwarzer Pfeffer, ein Halb-Eel-Honig, eins Messerspitze-Inkwerpulver, individuelle Dosis CBD-Öl. Alle Zutaten im Mixer vermengen und genießen. Letzt Tipp CBD-Quacamole Als Brotaufstrich oder Taco-Dip, Quacamole ist vor allem im Sommer ein Renner. Der Fettgehalt des Avocados ist perfekt für die Aufnahme des CBD-Öls. Was ihr benötigt, eins reifer Avocado, eins Tomate, ein halb rote Zwiebel, zwei Eel-gehackter Koriander, zwei Stängel Petersilie, eins TL-zerdrückter Knoblauch, eins Messerspitze, Cayenne-Pfeffer, Salz und Pfeffer beliebig, zwei Eel-Hanföl, individuelle Dosis CBD-Öl. Die Avocado wird mit einer Gabel zerdrückt, die Tomate und die Zwiebel klein gewürfelt. Anschließend werden Kräuter, Gewürze und Öl untergemischt und mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. CBD-Salatdressing Mit einem leckeren und schnellen Salatdressing kann das CBD-Öl ebenfalls leicht in den Speisenplan der gesamten Familie integriert werden. Dazu braucht ihr, zwei Eel-Apfelessig, ein halb Eel-Soyasauce, zwei Eel-Senf, zwei Eel-Honig, die individuelle Dosis CBD-Öl, Salz, alle Zutaten in einer Schüssel verquirlen und unter den Salat mischen, gebackener Blumenkohl mit CBD-Öl, für vier Personen, zwei bis drei Köpfe Blumenkohl, je nach Größe und Appetit, drei Eel-Kokosöl, flüssig, fünf gehackte Knoblauchzehen, eins Eel-Salz, ein halb Eel-Pfeffer, eins Eel-Hanfsamen, eins Eel-Zitronensaft, Chilieflocken nach gewünschtem Schärfegrad, individuelle Dosis CBD-Öl. Während der Ofen mit 200 Grad Celsius Umluft vorgeheizt wird, gebt ihr die Blumenkohlröschen am besten in eine verschließbare Schüssel. Gehürze bis auf das CBD-Öl dazugeben, Deckel drauf, gut schütteln, anschließend auf einem Backblech verteilen. Bis der Blumenkohl gar und knusprig ist, dauert es rund 30 bis 40 Minuten. Aus dem Ofen nehmen, CBD-Öl und Zitronensaft darüber geben. Bananenbrot mit CBD In der Obstschale gammeln braune Bananen vor sich hin, perfekt für diesen gesunden Snack. Ihr braucht für eine Kastenform, 275 Gramm Dinkelmehl, 2 TL Backpulver, 1 TL Zimt, ins Prise Salz, 50 Gramm Pflanzenmilch, Hafer, Soja, Kokos, 40 Gramm Kokosöl, 3 bis 6 Datteln ohne Kern, 4 überreife Bananen, individuelle Dosis CBD-Öl, das Backrohr auf maximal 160 Grad Celsius vorheizen, währenddessen Dinkelmehl, Zimt und Salz vermischen, Pflanzenöl mit den Datteln pürieren, das Kokosöl schmelzen, die Bananen mit einer Gabel zerdrücken, das Bananenmuss, die Dattelmilch und die trockenen Zutaten vermischen, CBD und Kokosöl zu geben, das Ganze in eine eingefettete Kastenform geben und glatt streichen, rund 60 Minuten backen, nach rund 40 Minuten mit der Stäbchenprobe überprüfen, Holzspieß ins Gebäck stecken, wenn flüssiger Teig dran haften bleibt, Backzeit verlängern. Perfekt bei Hitze, Balat-Variation mit CBD Dieses Rezept ist eine tolle, rasch zubereitete Kombi von saisonalem Obst und Gemüse für 4 Personen, 80 Gramm Feldsalat, 1 Halbwassermelone in Würfeln, 3 Aprikosen, beviertelt, 1 Viertel Rübe einer roten Zwiebel, 2 Elfeta, Schafskäse, 1 Handvoll Minze, hackt, 60 Milliliter Balsamizüssig, 85 Gramm Honig, 60 Milliliter bestes Olivenöl, Pfeffer und Salz, individuelle Dosis CBD-Öl, Aprikosenhälften mit Öl beträufeln, eine Pfanne heiß werden lassen und pro Seite rund 1 bis 2 Minuten karamellisieren lassen, nicht verbrennen, Wassermelonenwürfel mit Minze mischen, Zwiebel in dünne Scheiben schneiden, Essig, Öl, Honig, CBD-Öl, Salz und Pfeffer verquirlen, Zwiebel und Feldsalat unter die Melone mischen, der Salatsauce abschmecken, mit karamellisierten Aprikosenstückchen und Fitta bestreuen, Prümelmonster, leckere CBD-Schoko-Cookies, für 12 Cookies mittlerer Größe, 130 Gramm Mehl, 1 TL Backpulver, 200 Gramm weißer Zucker, 200 Gramm Rohrzucker, 1,5 TL Salz, 350 Gramm Schokoladechips, 225 Gramm weiche Butter, 2 Eier, 2 TL heißes Wasser, 1 Vanilleschutte, 125 Gramm gehackte Nüsse, Walnüsse, Macadamia etc., individuelle Dosis CBD-Öl, Backofen auf 175 Grad Celsius vorheizen, Butter, Zucker und CBD-Öl mit dem Mixer schaumig rühren, Eier dazugeben, Vanilleextrakt aus der Schote ebenfalls, nur mehr händisch einrühren, sonst wird der Teig zu fest, Backpulver ins heiße Wasser einrühren und mit dem Salz dazugeben, Nüsse und Schokostückchen dazugeben, Cookies formen, auf ein gefettetes Backblech geben und 10 Minuten backen, bzw. bis die Ränder gebräunt sind, essbares mit CBD kaufen, wem das Backen mit CBD zu mühsam ist, der muss trotzdem nicht auf Süßwaren mit Hanföl verzichten, in einigen Shops, so wie im Internet könnt ihr Gummibärchen, Schokolade, Hollis etc. mit CBD kaufen, sogar manche Konditoreien sind auf den CBD-Hype aufmerksam geworden und verkauften Backwaren mit Hanföl, beispielsweise die österreichische Traditionskonditore AIDA in Wien, verkauften deswegen, weil es mittlerweile per Gesetzeserlass in Österreich verboten wurde, CBD in Lebensmitteln zu verwenden, freilich, dachliche Grundlage gibt es für dieses Gesetz keine, die Lebensmittel wirkten weder berauschend noch sonst wie gesundheitsbeeinträchtigend im Gegenteil, auch ist kein EU-Gesetz diesbezüglich in Planung, dennoch bedeutet dieses Gesetz zumindest vorübergehend das aus für CBD-Backwaren aus österreichischen Konditoreien. Eine weitere viel diskutierte österreichische CBD-Attraktion ist der Automat DR, Grintump in der Maria-Hilfer-Straße in Wien, hier gibt es auf Knopfdruck getrocknetes CBD-Kraut zu kaufen, auch wenn alles im legalen Bereich ist, so ist der Automat für viele dennoch ein Stein des Anstoßes, weil er den Drogenkonsum fördere, stattdessen das Aufstellen von weiteren Zigarettenautomaten sinnvoller ist, aktie, österreichische, Autoren anzuzweifeln. Wie gelassen hingegen unsere Schweizer Nachbarn mit dem Thema CBD umgehen, zeigt die Tatsache, dass es dort seit April 2018 getrocknetes CBD-Kraut beim Discounter Lidl zu kaufen gibt. 3 Gramm Kosten 20 Franken und stammen ausschließlich aus Schweizer Anbau, aus nachhaltiger Agrarwirtschaft und ohne Zugabe von chemischen, synthetischen oder genveränderten Stoffen.